Hallöchen und herzlich willkommen, meine Kleinkart, zu einer neuen Folge 8-Ball-Pool-Billiard mit der Caro-Karötchen. Hallöchen! Hi, hi! Wir geben uns heute mal wieder ordentlich die Kante. Die Caro hat in den letzten Tagen wahnsinnig viel trainiert und man muss sagen, sie ist meiner jetzt tatsächlich doch, also vom Können her ist sie doch jetzt schon nah dran, ne? Wow! Oder wie würdest du das sagen? Ja, nee, das passt schon. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt hier schon den Mund zu weit aufgerissen und werde jetzt gleich richtig hart von Caro fertig gemacht. Sagte er und lochte noch eine Kugel ein. Ja, hallo, was ist daran so verwerflich? Ich muss ja irgendwie es schaffen, mich gegen deine Übermacht durchsetzen zu können. Fast ein Trickshot. Aber nur fast. Wie soll ich denn von hier aus was treffen? Die Blaue? Ja, stimmt. Ja, ne? War gar nicht mal so abwegig. Hast du mal einen neuen Stängel gesehen? Dein was? Dein neuen was? Ach, den Stängel. Den Stängel. Ja. Ja, nee, habe ich nicht gesehen. Aber es ist der Candy-Stängel. Ja. Welche Werte hat der so? Ist der gut? Hatschi. Er hat Kraft, Speziale und Zielen. Siehst du? Der ist gut. Alter, wie sie den reingeknödelt hat. Caro, es reicht jetzt. Hatschi. Die Zeit läuft ab. Deine Zeit. Caro. Ja, doch. Caro ist zu gut für mich. Ist sie echt? Caro, wenn du das jetzt machst, dann wirst du richtig doof. Ich bin doof. Du kommst doch nie wieder an die andere Grüne ran, oder? Doch. Doch, könnte. Ah. Das könnte echt knappig werden. Oh, wie lucky sie ist. So, Leute. Und jetzt gibt es eine neue Regel bei uns im Billard. Nämlich, wir dürfen die Schwarze nur über Bande einlochen. Das heißt, wir müssen mit der Weißen die Bande zuerst berühren. Und dann erst die Schwarze. Und dann zählt erst der Schuss, sozusagen. Genau. Weil er Angst vor mir hat. Ja. Sonst hättest du jetzt schon gewonnen, weißt du. Und ich muss ja gleich dann auch noch gewinnen. Wie? Nein. Wie? Nein. Da wollen alle, dass ich gewinne. Ich hab mir mal eben die Grüne ein bisschen besser hingelegt. Ja, ja. Ja, ja. Trotzdem ist mein Kühl schöner. Gar nicht. Ich hab den Fußball-Kühl. Der sieht kacke aus. Gar nicht. Kein bisschen. Natürlich. Oh. Komm, rein, 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 rein. Nö, als ob die jetzt noch reingeht. Also bitte. Oh, das ist so gut. Ich war so gut. Wie ist denn das? Eigentlich hab ich gewonnen. Nein, überhaupt nicht. Natürlich. Nicht mal ansatzweise. Hätten wir normal gespielt. Mit der eigenen Regelung. Normal ist aber auch einfach, weißt du. Ein bisschen Skill braucht man halt. Ich spiel ja sogar in den normalen Spielen gegen andere Spieler, so wie wir jetzt gerade spielen. Merkst du, du bist echt so ein Angeber. Ja. Hallo. Hier. Du kriegst eine Nachricht von mir. Na, geh weg. Aha. Mag ich nicht mehr. Was? Was? Das geht nicht. Ich hoffe, man sieht jetzt noch alles. Ich hab gerade runtergescrollt aus Versehen. Das geht nicht. Guckt euch das an, wie sie trainiert hat. Jetzt hat sie sich aber die Bälle perfekt hingelegt. Das stimmt halt wirklich. Guck mal. Komm, Nirgans raus. Doch, du kannst da oben rechts ins Loch schießen. Wow. 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 Was ein Trickshot. Ich übersteuere so hart. So, ich hab jetzt mal ein bisschen runtergekurbelt. Kurbel mal. Ah. Pillpen. Hörst du auf damit, bitte? Mit was denn? Du Apfelkuchen. Ich hab gesagt Applepen. Das ist ein Stiftapfel. Ich weiß. Ja, was ist dann dein Problem? Ich hätt gern Apfelkuchen. Oh. Okay. Was ist denn dein Problem? Hey, was ist dein Problem, Digga? Caro, kannst du jetzt einmal bitte aufhören, so gut zu sein? Mir hat das besser gefallen, dass ich Easy gewonnen habe. Mir nicht. Guck mal, jetzt liegen hier noch meine ganzen Kugeln rum. Das geht nicht, Caro. Aber der Winkel ist unten. Aber Hauptsache, auf mich hört niemand. Ja, aber jetzt liegt sie vorm Loch. Das wollte ich ja. Ah. Der Winkel passt nicht. Ich mach den jetzt rein. Ja, toll. Hast du das gemacht? Ja. Ja. Guck mal, wie schön die da liegen. Ah. Ah. Du hast gerade genauso übersteuert wie Sassi immer. Mit genau dem Gleichen tun. Ah. Caro, das wird nichts. Der Winkel passt einfach gar nicht. Siehst du diese Prä... Diese was? Präzision. Präzision. Oh, ich gebe dir gleich mal Präzision. Nein. Nein. Okay. Doch. Oh. Oh. Fass. Gut machst du das? Gefällt mir. Weiter so, bitte. Ja, ja. Mach... Laber du nur. Ich labere. Aber wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Ja, das ist so ganz so... Das passt doch. Oh, doch nicht. Nice, Kugel. Nice. Hatschi. Oh, jetzt versucht sie hier den Trickshot. Den Trickschiesel. Und ich hab eine reinbekommen. Ja, aber leider die falsche. Egal. Das zählt. Jetzt muss ich hier mal meine Mittel aufwenden. um mir noch zu gewinnen. Ja, ja. Keine Chance hat er. Ja, ja. Natürlich nicht. Ich muss jetzt mein Geodreieck rausholen. Lässt du das bitte drinnen? Niemand sehen. Fuck. Rein, 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 rein. Guck mal, ich hab einen Bogen gemalt. Mit Kugeln. Hatschi. Gemalt? Nehmlich. Wow. Danke. Bist du gemein? Ich niese bei dir nie. Nein, du niest bei mir wirklich nie. Als ob du dich da erschreckst. Natürlich. Da wärst du uns glatt reingegangen. So wie der hier? Ja. Aha. Was denn? Caro, du musst hier nochmal Bande reinmachen. Das ist dein letzte Kugel. Mein letzte Kugel ist das? Mein letzte Kugel. Dein letzte Kugel. Oh, guck mal, wie schön dir liegen würde, wenn du sie jetzt gerade reinmachen dürftest. Darf ich aber nicht. Darfst du aber nicht. Jetzt bin ich aber gespannt. Boi. Oh, shit. Fast hätte ich getroffen. Fast. Aber auch nur fast. Katzenklo. Ja, sie positioniert. Katzenklo. Ja, das macht die Katze. Was man sonst nicht kann, weißt du? Und nicht mal jetzt kriegt sie sie rein. Oh. Als ob du dich da so drüber aufregst. Du bist ja froh. Oh. Oh. Und nicht mal jetzt kriegt sie sie rein. Oh. Ob du dich so drüber aufregst. Oh. Sehr gut. Ja. 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 Nein. Es wäre einfacher gegen die linke Bande gewesen. Ich meine natürlich gegen unten. Alter, was? Hast du den Ball angedreht? Karo, hast du den Ball angedreht? Was heißt das? Ja, unten rechts. Da ist so eine Kugel. Da kannst du dem einen Backspinder mitgeben oder sowas. Nee. Nicht? Warum hat sie sich dann so gedreht? Weiß ich nicht, weil ich cool bin. Das war extrem merkwürdig. Das ist merkwürdig. Karo, das wird nichts. Mir egal. Geht aufs Prinzip. Oh, hast du die geilste. Oh. Von wegen das wird nichts. Warum hast du meine Kugel reingemacht? Das war meine Kugel. Aber ich habe da schon zweihalbe drin. Ja, aber das war der erste Schlag. Was zum Teufel. Deswegen habe ich jetzt schon drei drin. Das ist so gemein. Er ist so ein Cheater. Guck ihn dir an. Weißt du? Nee. Für alle, die sich jetzt fragen, warum wir das nicht so oft spielen. Deswegen. Ja, da brauchst du gar nicht lachen. Die Leute wissen, dass das wahr ist. Guck mal, wie viel ich von dir einfach reinmache. Weil du es ohne meine Hilfe nicht schaffst. Wer hat denn gerade gewonnen? Du, durch Glück. Nein, mit Backspin. Mit Backspin. Ich habe ein neues Wort gelernt. Ja. Oh nein. Schön hast du das gemacht. Danke. Das liegt an meinem Hose. Kann zaubern. Nein. Nein. Oh Mann, das hätte so schön werden können. Bisschen schon. Nö. Bisschen schon. Nö. Doch. Dö. Nö. Doch. Nö, nö. Jetzt hat sie auch die Achterliegen. Das gibt es doch gar nicht. Oh. Das war gewollt, ne? Natürlich. Damit du das schwieriger hast. Mist. Gut. Kann liegen bleiben. Es reicht. Und jetzt schaffst du es nicht. Pff. Doch. Mit Schwung. Und rein. Und rein. Nein. Niemals. Nice. Neues Spiel. Eins geht noch. Ja, dann mache ich den Ausgleich. Und dann müssen wir noch eins machen. Nein, 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 nein. Das passt dann schon. Nee, nee. Wir müssen ja einen Sieger feststellen. Ja, ich bin das. Nee, ich bin das eindeutig. Nein. Aber du musst die ganzen rein machen. Die ganzen. Nein. Alter, wie ist es hier? Ich bin voller Wucht. Das ist am Köl. Der hat zu viel Kraft. Du hast zu viel Kraft, wie es aussieht. Hey, guck mal. Ich habe hier ein paar platziert. Positionierung. Weil ich nett bin. Popo. Popo? Popo. 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 Liebe. Pupi. Was? Nein. Was? Wow, und jetzt hast du sie wieder entpositioniert. Ja. Und mir alle richtig scheiße hingelegt. Ja. Passt doch. Oh. 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 So. Viel Spaß. Ja, danke. Werde ich haben. Trickshot. Da war die Schwarze im Weg. Ja. Wie immer. Immer die Schwarzen. Was? Ähm. Ähm. Gut, dass da niemand zuhört, wenn du was sagst. Was? So, fangen wir mal mit einem seichten Doppelwoppel an. Du und dein Doppel. Das heißt nicht Doppelwoppel. Das heißt Doppelwoppel. Nein. Bisschen schon. Nö. So, jetzt geben wir dem mal einen rechten Backspin mit. Guck, wie er sich dreht. Und wir rein. Oh. Ah. Schön machst du. So, den mach ich auch mal. Das. Hast du echt schön gemacht. Ja, ne? Jo. Wie soll ich das denn jetzt machen? Das könnte man eventuell mit sowas hier versuchen. Ah. Bitte was? Ah. Guck, jetzt geht wahrscheinlich die Braune auch noch fast rein. Oh. Da gewinnt man einmal und er kennt keine Gnade mehr. So, und dann könnte das eventuell so funktionieren. Oh, ich hasse dich gut. Ein wenig Lack. Ah. Geht diese nicht rein. Aber ich fand den Einschuss schon ein bisschen pro. So, über die, mit der Grün, über die Braune. Dann rein und raus und nochmal rein. Also, du musst schon sagen, der war wunderschön, oder? Machst du bitte zuerst die Lilane rein? Nein. Machst du bitte jetzt die Lilane rein? Nein. Hättest du mal die Lilane reingemacht? Nö, die ist noch nicht positioniert. Jetzt ist sie positioniert. Ich hab das gesehen. Ja, das war wunderschön. Ja. Ja. Oui, oui. Oh. Weiß ist drin. So, Achtung. Ich achte. Ach, ich wollte einen kreuzenden Kopplungsschuss machen. Ach, natürlich. Den da. Ja, den da. So, das Schöne ist, du kannst jetzt nicht oben dagegen. Das zählt nicht. Klar, der war daneben. Nein, der Ball berührt die Bande. Das heißt, du darfst auch nicht die Bande berühren, an der er liegt. Das war rundig. Ja, weil das, ja, wie der Ball ist. Oh, das hast du dir jetzt ausgedacht. Oh, jetzt geht es. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Easy win. 3 zu 1. Liebe Freunde, es ist entschieden. Hat einmal Caro eine Runde gewonnen und dann baller ich die da rein, als wäre es nix. Keine Gnade. Aber was? Keine Gnade hast du mir gegeben. Ja, mach ich auch nicht. Ich bin nämlich unermittlich und ungnadgebig. So. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das war es mit der heutigen Folge Billiardpool 8 Mal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.